Wir müssen... Wir haben ein Ziel. Unsere Kartoffeln anzubauen. Der kennt meinen Namen. Ich stürme doch schon. Irgendwie. It's a better place for me. I hope so. Wir besiegen unseren Feind mental. Ja! Hör auf! Hör auf! Und ich verbiete euch heute Abend Reis zu fressen. Auf in den Kampf, Jungs. Wir müssen uns unsere Kartoffeläcker zurückholen. Trupp sporen. Komm, Trupp sporen. Und es klappt nicht mit meiner Luis-Gun irgendwie. Da, Feuer frei. Hat sich verpisst. Den besuche ich jetzt. Und da ist schon hinüber. Schnell, you're right. Da ist er. Nein! Nein! Oh, ich schieße Löcher in die Wand. Alter, was ist da los? Kann man da reinfeuern? Wo ist er? Wo ist er hin? Da! Ja! Haha! Ein erster Kehl. Freude ist groß. Da liegt er im Dreck. Der kleine Hosenscheißer. Er ist schuld. Au! Er hat mit die Pack. Sehr gut. Junge, gib alles. Renn nicht weg. Da hinten sind noch welche. Die wollen uns unsere Kartoffeln streitig machen. Komm, hier. Komm, 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 komm. Yep. Geht gut. Geht gut. Kommen wir mit der Luis-Gun eigentlich recht gut zurecht? Gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh. Shit. So, komm rein. Wir haben die Führung verloren. Hab ich gehört. Wir müssen... Wir müssen sie uns zurückholen. Rutscht. Rutscht und rutscht. Hauptsache die Unterbuchse hält es aus. Und die Arschbacken. Oh, über Stein rutscht er sogar. Mann. Mann. Da. Au, 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 au. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Da ist noch einer. Gib mal. Alles. Wollte ich sagen. Ei. Rettung naht. Rettung naht. Danke. Mein Bruder. Mein japanischer Freund. Aber sind wir nicht alle Japaner mit einem Ziel? Wir haben ein Ziel. Unsere Kartoffeln anzubauen. Matze hat einmal gerufen. Der kennt meinen Namen. Und ein erster Fehlschuss. Ein zweiter Fehlschuss. Wird es denn heute noch was? Ein dritter. Und ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Ja. Bleib doch einfach. Oh. Ein Opfer. Ein erstes Opfer. Nein. Mann. Ich hasse mich. Ich enttäusche bis jetzt auf ganzer Strecke. Ach. Menschenskind. Alter. Streng dich doch mal an. Gehst heute ohne Essen ins Bett. Wenn du nicht besser schießt. Nein. Fast meine ganze Munitionsvorräte verschossen. Und da keine Munition drin. Alter. Was ist da los? Gar nichts gehört. Dass da was angeflogen kam. Schnauze. Das Demo diviert mich doch. Ich störe mich doch schon. Irgendwie. Anderer Ausgangspunkt. Hoch. Hoch. Better Place, Junge. It's a better place for me. I hope so. Mann. Mann. Yes. 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 No. No. Das hakelt Schüsse. Vorbei. Yes. Headshot. Nice. Wie immer. Also wie immer. Meine ich. Oh ja. Ja wieder. Danke. Ich blühe auf hier in meiner Hütte. Habe ich einen guten Spot gefunden. Muss ich sagen. Möchte da draußen was gehört? Da steht er. Ich kann nicht vorbeischießen. So jetzt. Ne. Alter, mach die Tür zu. Nein. Was bewegen sie sich auch immer so flink? Ah. Noch ein Headshot gedrückt. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Kämpft härter. Wir kämpfen nicht. Wir besiegen unseren Feind mental. Oh. Hat mich da einer entdeckt? Oh. Brett zu. Man sieht die Hand vor Augen wieder nicht, Alter. Immer das. Scheiße. Zu spät. Was ist los mit mir? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Kann ich nicht. Ich bin du. Wer hat denn hier schon. Alter. Ich wäre noch verrückt hier. Die kommen hier reingerammelt. Lassen die Türen auf, Alter. Keine gute Erziehung, Genossen. Was? Ich sehe keinen Feind. Hier. Irgendwas zu sehen. Tummelt sich hier vielleicht ein brauchbares Opfer? Schrei mal nicht so rum. Ich bin ja schon unterwegs, Mensch. Rettung naht. Da. Ein Dankeschön möchte ich hören. Was? Ein Dankeschön möchte ich hören, wollte ich sagen. Darum habe ich gesagt. Nicht dieses wirrige Stammel. Was krümpfst du dich dort so, Alter? Was schlechtes gegessen? So. Zurück. Ja. Nice-o-witsch. Ach. Wieder Nebel. Man wird bei seiner Arbeit auch ständig behindert irgendwie. Keiner. Mann. Der einen unterstützend unter die Arme greift. Hitmarker. Die Knarre braucht mehr Schuss, muss ich sagen. In Nebel verschwunden. Der hat sich in den Nebel verpisst. Zeigt euch. Kopf hoch, Soldaten. Da liegt doch einer. Ja. Da tummelt sich noch einer. Yes. Ein sehr schöner Spot hier. Ein sehr schöner Spot. Wenn dieser Nebel nicht wäre. Umweltschutz geht uns alle an, Jungs. Yes. Der Feind liegt in Führung. Mann. 38 zu 40. Ich sehe unsere Kartoffeln durch die Lappen gehen. Das wird doch nichts mehr, Jungs. Hitmarker. Nein. Bleib stehen. Ah. Ja. Wir führen. 37 zu 36. Geil. Ach. Scheiße. Und ich schieße vorbei. Ich will doch meinen Beitrag leisten. Keine Menschenseele mehr auf dem Schlachtfeld. Jetzt muss ich doch heute nochmal ein Opfer finden lassen. Nicht dich. Nicht du. Du zählst nicht als Opfer. Ja. Da war ein Opfer. Oh. Sie haben wieder. Wir liegen wieder zurück. Weg. Ey. Alter. Du wirst. Yes. Du wirst doch hier jetzt nicht Palermo machen. Und hier aus der Hütte rausschießen. Unsere Position verraten. Alter. Der verrät unsere Position. Mann. Da. Jetzt haben sie uns. Jetzt haben sie uns entdeckt. Und schon kriege ich einen aufs. Da ist es passiert. Jetzt. Hör auf. Hör auf. Idiot. Na bitte. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dieser Trottel hat unsere Position verraten. Zu spät. Ich bin jetzt außer mir. Ich bin erregt. Wütend. Geradezu. Ich hatte so einen schönen Spot. So einen schönen Spot. Yes. Oh. 9 zu 30. Das wird heute mit den Kartoffeln nichts mehr. Das kann ich euch verraten. Und ich verbiete euch heute Abend Reis zu fressen. Ihr Idioten. Oh. Zurück ins Kampfgebiet. Soldat. Ja. Mach ich doch. Spinner. Eine schöne Position. Ich hab jetzt noch Tränen in den Augen. Oh. Hit mal. Hit mal tot. Er hat ihn erschossen. Eiskalt. Komm du mit. Hau ab. Hau ab. Nein. 15 Kills. Fünfmal gestorben. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Na dann. Ich hab jetzt noch ein paar Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.